Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zu Birkens Musikschunde. Heute spielen wir Mary Lee, We Roll Along und die linke Hand spielt mit Akkorden mit drei Tönen. Los geht's an die Tasten. Ich spiele euch das Lied einmal vor. Die linke Hand spielt in halben Noten immer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nehmt die Hand und klopft aufs Holz oder klatscht in die Hände auf 1 und 3. Ich kann nicht klatschen, weil ich mit der anderen Hand spiele. 1, 2, 3, 4. Gut, wenn das klappt, dann spielt ihr die Akkorde. Ich rufe sie euch zu. 1, 2, 3, 4. Zeh. Die sieben. Zeh. Zeh. Die sieben. Und zeh. Zeh. Wir wiederholen. Ich spiele die linke Hand ein bisschen leiser. 1, 2, 3, 4. Die sieben. Und sieh. Sieh. Die sieben. Die sieben. Prima. Wenn es bei dir mit zwei Händen klappt, spiele es ein paar Mal für dich. Mach das Ganze langsamer, langsamer als ich gerade gespielt habe. Prima gemacht. Thumbs up, wenn du es schaffst, mit Akkorden zu spielen. Ich wünsche dir Happy Playing und Tschüss bis zur nächsten Musikstunde. Julie... Komm. Tschüss. Gi?